Nein, das... Ich tue natürlich wieder genauso fahren. Ich fahre natürlich richtig perfekt, ja? Keine großen Erschütterungen. Ja! Nein! Jetzt habe ich... Komm, den Checkpoint schaffen wir noch. Na, habe ich doch gesagt, den Checkpoint schaffen wir noch. So, okay Leute, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Das schaffe ich garantiert nicht beim ersten Mal.